Wie schalte ich den Kartenhändler frei? Was ist der Kartenhändler überhaupt und wie funktioniert er? Diese Fragen beantworte ich dir in diesem Video. Nach dem Intro geht's los. Alright, liebe Leute und damit herzlich willkommen zum Yu-Gi-Oh! Duel Links Tutorial. Es geht wie schon besprochen um den Kartenhändler und ich möchte euch zeigen, wie das Ganze funktioniert. Das Erste, der Kartenhändler ist nicht von Anfang an im Spiel verfügbar, sondern ihr müsst in den Missionen mindestens Stufe 7 erreichen. Dann gibt es auch einen Einblendungstext dazu, dass hier was Neues erscheint und das ist dann eben der Kartenhändler. Der Kartenhändler ist immer hier im Shopfenster, vor dem Shop steht er da und meistens sieht man halt auch, wenn der Kartenhändler Neues oder ein neues Angebot hat, steht hier dann halt auch eine 1 unten drunter, so wie hier die 2. Das hier was los ist, da ist hier auch noch eine 1 umgeben und das ist eben der Kartenhändler. Wenn ihr das erste Mal draufklickt, kommt so ein Erscheinungstext, wie das halt in der App so üblich ist, um den so einzuführen. Dann gibt es auch noch einen Informationstext, das solltet ihr euch auf jeden Fall durchlesen, das ist nur einmal da. Und dann geht man halt in den Kartenhändler. Und warum ist man beim Kartenhändler? Jawohl, um Karten zu handeln. Und der Kartenhändler hat immer eine gewisse Anzahl an Karten, die er einen Tag lang zur Verfügung stellt. Wenn ihr das erste Mal drauf seid, würde ich euch empfehlen, hier zum Beispiel diese Buttons auch genau durchzugucken, denn jetzt sind wir auf dem Button alle, das heißt ihr zeigt mir alle Karten an, die im Moment im Angebot sind, unabhängig davon, ob man die überhaupt kaufen kann oder nicht. Weil dieses Handeln ist klar, das kostet etwas. Das kostet etwas. Das Schöne ist aber, es kostet kein Geld, sondern wenn man jetzt hier zum Beispiel auf Seltenheit mal klickt, Seltenheit N bedeutet, es sind alle normale Karten, das sind zum Teil die günstigsten Karten auf jeden Fall, die hier verfügbar sind. Und man sieht, die Karten kosten Gold. Manche Karten kosten zum Beispiel auch nur Gold, also ab 2500 Gold geht es los, das ist nach oben auf und dann kostet eine Karte auch Steine. Hier haben wir zum Beispiel eine Karte, die kostet nur 2500 Gold, das heißt ich könnte jetzt hier mir die Karte anschauen, sagen, okay, ja, die will ich definitiv haben, finde ich geil, dann gehe ich halt hier auf Handel, dann, äh, weiß ich gar nicht, ob der nochmal nachfragt. Meistens fragen die nochmal nach und dann muss man es bestätigen und dann wird das Gold abgezogen und man hat die Karte dann halt im Deck. So gibt es aber eben auch Karten, auch im normalen Bereich, wie wir hier sehen, die kosten mehr Gold und schon zwei Steine. Steine, das sind Steine des Zauberns, die man dazu benötigt, um diese Karte halt zu kaufen. Also nicht nur das Gold, sondern auch die Steine. Geht man jetzt mal hier auf Rare, sieht man, die Karten wären teurer. Ganz klar. Der Tornadovogel zum Beispiel ist zum Teil eine interessante Karte oder auch der Torwächter. Torwächter kennt man ja natürlich. Ähm, kostet 20.000 Gold, kostet 30 Rare Steine und 15 Steine der Finsternis. Was diese Steine sind, wie man die bekommt, da mache ich nochmal ein extra Tutorial dazu. Ich sage es jetzt einfach mal so, das brauchen wir alles, also es ist wie so ein Crafting-System. Wir brauchen diese drei Ressourcen, um diese Karte quasi zu erwerben. Ist eigentlich relativ einfach. Hier sieht man eine Zauberkarte, Gemurmel des Waldes. Die kostet nicht ganz so viel wie der Torwächter, weil der insgesamt vom, vom, vom Grad her, von der Stärke her nicht so gut ist jetzt wie der Torwächter theoretisch. Aber so kann man ungefähr auch den Wert der Karte bestimmen. Cyberstein zum Beispiel hier auch. Zahle 5000 Life Points, äh, ein Fusionsmonster von einem Extra Deck. In den Spielfeld in der Angriffsposition. Ich glaube nicht, dass man die Karte jetzt unbedingt braucht, da man ja nur mit 4000 angreift. Aber zum Beispiel, wenn man ein Insektendeck spielt, so eine Spinneneikarte. Es sind Karten beim Kartenhändler, die man so im Spiel nicht erwerben kann. Zumindestens kann man davon aus. Man weiß natürlich nicht, kann es sein, dass ein neues Pack kommt mal im Spiel. Da kann auch mal eine Karte vom Kartenhändler dabei sein, die man dann dort eben kaufen kann. Oder auch Packs, die es mal im Spiel gab, die es nicht mehr gibt. Da kann es sein, dass die Karten dann auch mal beim Kartenhändler erscheinen. Oder einige zumindestens davon. Aber man weiß es halt natürlich nicht. Es gibt auch super seltene Karten zu kaufen. Und es gibt natürlich auch Ultra-Ware-Karten zu kaufen. Und das sind die teuersten. Die brauchen nämlich 100.000 Gold. Auch Steine des jeweiligen Typos. Und auch noch Ultra-Ware-Steine. Die sind auch sehr, sehr selten zu bekommen. Aber wie gesagt, dazu nochmal ein extra Part. Das ist eigentlich der Kartenhändler. Wenn ihr jetzt das erste Mal da seid und wissen wollt, was kann ich denn für Karten wirklich jetzt handeln. Dann klickt auf Handelbar. Und der Kartenhändler zeigt euch nur die Karten an, wo ihr auch jetzt genügend Ressourcen zur Verfügung habt. Das sind also jetzt die Karten, die ich eigentlich kaufen könnte. Und habt ihr eine Karte gekauft, dann sieht das so aus wie hier. Dann ist es ausverkauft. Dann ist es ausverkauft. Ich habe mir die Karte Labyrinth des Albtraums gekauft. Einmal pro Spielzug, wenn der Endphase der Spieler ist, ändert die Kampfposition, alle offenen Monster, die der Zugspieler kontrolliert. Ich habe mir die einfach mal geholt. Die hat nur 2500 Gold gekostet, weil ich vielleicht eine Idee habe, wie man das mal mit ein paar Unterwäldlein Hexerkarten verbinden könnte. Da gibt es so Spezialmonster, die haben halt so verschiedene Effekte, wenn ein Monster die Verteidigungs- oder die Angriffsposition ändert. Das sieht so aus wie hier. Und wir sehen hier oben neu im Lager 9 Stunden 28 Minuten. Das heißt, in 9 Stunden 28 Minuten hat der Kartenhändler wieder ein aktualisiertes Sortiment. Zum Teil bedeutet das, dass die Karten wieder da sind, die ich schon gekauft habe oder eben neue Karten ins Spiel kommen. Wichtig, diese Karten, die ihr hier seht, die werden sich mit der Zeit auch mal wiederholen. Das heißt, überlegt euch wirklich, wann ihr eine Karte kauft. Brecht es nicht hier gleich über den Stuhl, weil ihr denkt, die kommt nie wieder. Es gibt wirklich eigentlich, also ich bin jetzt seit einem Monat knapp dabei, habe den Kartenhändler seit 3-4 Wochen. Und ich kann schon sagen, dass die meisten Karten dann immer mal wieder auch auftreten, damit man auch sich wirklich überlegen kann, macht es Sinn, diese Karte jetzt zu kaufen, wie zum Beispiel den Blitzangreifer. Macht es jetzt wirklich Sinn, so viele Ressourcen auszugeben, weil man sieht natürlich, das ist schon eine Menge Holz. Das ist wirklich schon eine Menge Holz. Außerdem gibt es bei dem Kartenhändler noch Schlüssel zu kaufen. Diese Schlüssel sind ja wichtig für die Duellanten am Tor, damit man gegen die antreten kann. Man kann normale Schlüssel einfach nur kaufen für weiße Tore. Achso, ne, das sind die ganzen Farben, Entschuldigung. Normale Schlüssel sammelt man auf und das sind die ganzen Farben, die man eben kaufen kann, wenn man sagt, okay, ich brauche halt jetzt den roten Torschüssel, um, ich glaube, das ist Joey Vila, am Portal herauszufordern. Dann kann ich mir die hier halt besorgen. Die normalen Schlüssel sammelt man ja bei den ganzen Duellen. Das ist nun nebenbei gesagt. Und das ist eigentlich auch schon alles zum Kartenhändler. Mehr kann man nicht sagen. Wie gesagt, wirklich überlegt euch, wann ihr euch eine Karte holt und vor allen Dingen, wie viel ihr ausgibt. Ich werde euch eben zeigen, wie man eben an Gold kommen kann, wie man an diese Steine kommen kann. Aber ihr werdet sehen, das ist gerade für Free-to-Play-Spieler natürlich eine Sache. Das braucht dann auch eine Zeit und umso besser soll es sich überlegt sein, wie man diese Ressourcen halt wirklich auch in das Spiel investiert. Ich habe mir bereits schon einige Karten gekauft, werde euch auch mal die meines Sünden wertvollste Karten im Moment im Kartenhändler bei zeigen. Das mystische Ungeheuer Zerberus. Da kommt auch noch ein, zwei Videos dazu. Und ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in den Kommentaren. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Yu-Gi-Oh! Duel Links ist einfach nur geil. Das war es von mir. Haut rein, Leute. Macht euch tschüss und servus. Euer Basti.